Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Star Control Origin. Wir haben ein kleines Problem. Dummi Kay wollen die Taiwan und uns verurteilen. Einmal weil die Taiwan, weil sie sich eingemischt haben und wir, weil wir eine primitive Rasse sind, die eigentlich noch keinen Hyperantrieb hätte haben dürfen. So. Wir müssen in unserem System das Grive-Schiff entdecken oder einen Wrack davon. Wahrscheinlich auf irgendeins mit Ausrufezeichen, oder? Reden wir erstmal mit Star Control. Vielleicht können die uns da ein bisschen mehr helfen, wo das sein könnte. Wenn nicht, müssen wir halt alle Planeten nochmal anschauen. Ja, okay. Hier gibt es also nichts. Der Mond war es nichts. Da war ja was von uns. Dann gehen wir einmal hierher. Dann Ausbildungsstätte nicht, aber wir haben ja noch andere Welten hier. Fangen wir mal hier an. Hier haben wir auf jeden Fall ein nicht identifiziertes Objekt. Das sieht schon mal ganz gut aus, weil ich dachte eigentlich, dass wir schon alles gefunden hätten. Ah ja, wir sind auch auf dem Weg dahin. Vielleicht ist es ja das Richtige. Hier ist was. Das sieht aus wie ein Scribe-Schiff. Alles klar. Dann haben wir ja das Schiff des Flusses. Also tatsächlich schon auf den ersten Planeten. Better, schau... Schau, Terry. Auf dem ersten Planeten, wo wir da waren. Das ist da hinten. Hm. Ja. Okay. Dann fliegen wir mal da hin und schauen nach, was das ist. Lohnt es sich nicht wirklich, über Sternbasis zu fliegen. Das ist, glaube ich, genauso weit wie, wenn wir per Hand, also per Autopilot dahin fliegen. Aber ein bisschen unterwegs sind wir noch. Kann sein, dass wir da sogar vorhin schon waren. Um dieses Super-Flüssigkeit zu finden. Aber, naja, wenn wir vorhin da waren. Also, vorhin, vor ein paar Folgen, meine ich halt. Ähm, ja. Dann war da jedenfalls noch nichts zu sehen von dem, was wir jetzt machen müssen. Denke ich mal. Da hinten ist ein Ausrufezeichen. Ich schätze, da müssen wir hin. Nicht-identifiziertes Objekt. Ist das da ein Tier oder ist das das Objekt, das wir suchen? Ich glaube, das ist das Objekt, das wir suchen. Ich habe eigentlich erst die andere Rasse, die wir mal begegnet sind, gedacht. Ich habe gedacht, dass das gewesen wäre, aber mit den Trundles, mit Our Mind, hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Na gut. Dann reden wir mal mit Our Mind. Ich bin ja mal gespannt, was er dazu zu sagen hat. Ob er es wirklich gewesen ist und uns beobachtet und die Taiwan quasi auf uns zu gesagt hat, wir sollen da hingehen. Und sie soll da hingehen. Ich bin jedenfalls gespannt. So, Raumstation, wir kommen. Ein Glück, hier haben wir definitiv keine großen Kämpfe in unserem System hier. Und zwar zu den Trendel. Das war ja das Gebiet. Hier oder hier? Ich glaube hier. Oh, ich bin ja das System. Ah, verdammt. Da wollte ich doch gar nicht rein. Es gibt eine Fingere-Distress-Kelle, die vom System kommt. Nicht erkennen, wer es von. Ne, das sind Modings. Aber da drüben haben wir wahrscheinlich Triantle-Schiffe. Oder? Bist du ein Triantle-Schiff? Meck, meck. Ach, halt mal. Ach, verdammt, das ist doch das Meck-Meck-Gebiet. Ah, ich hab grad das Meck-Meck-Gebiet mit den Triantles-Gebiet verwechselt. Verdammt. Wir müssen hier noch weiter, dann wär der untere Punkt doch besser gewesen. Ach, naja, aber egal. So. Triantle, Triantle, wo seid ihr? Für das, dass er sich so ausbreiten will, findet man relativ wenig Raumschiffe von denen. Irgendwo in dem System hier eins. Ich glaub aber eher nicht. Sah jedenfalls nicht danach aus. Nö, nicht wirklich. Verdammt, jetzt müssen wir erst die wieder suchen. Also hier scheint es tatsächlich keine zu geben. Also dafür, dass er sich so ausbreiten will, der Aubermind, ist er sehr, sehr schwer zu finden. Hat er eine Haupt- und Heimatwelt? Nee. Der ist auf jedem Schiff zu finden. So, schwierig, schwierig. Ja, ich hab jetzt befürchtet, dass unser Treibstoff noch zum Neiger gehen wird und wir gar nicht mehr hinkommen. Da sind Schiffer. Ich hoffe, wir schaffen es noch zur Raumstation. Ja, das sieht nach einem Drendl-Schiff aus. So. Jetzt bin ich aber erst mal gespannt. Wir haben dein abgestoßtes Schiff gefunden. Bist du uns etwa gefolgt? Nein. Warum hast du das gefragt? Aliens, die ein Interesse an uns haben, befanden sich in dem System, in dem wir dein Schiff gefunden haben. Meine Schiffe sind in vielen Pläten. Strading Overmind ist eine arbeitende Arbeit. Sie haben dich oder deine Menschen noch nie gesehen, aber auch noch nie. Hast du das Schiff von diesem Schiff? Ein Computer-Korps vielleicht? Ja. Ich werde das jetzt analysieren. Sie warten geduldig, während Overmind den gefundenen Computer-Kern untersucht. Wir sind jetzt Verbündete Overmind. You are right. You are a powerful new enemy. Not my problem. Oder ein Freund. You are allied husks. It is my problem. Hmm. Erzähle dem Okay von dem mysteriösen Schiff, das die Menschheit ausspionierte. Okay, allied husk. So. Wie sieht es jetzt aus, unsere Ziele? Sammle Beweis und verteidige die Taiwans beim Verfahren. Erzähle dem Okay von dem mysteriösen Schiff, das die Menschheit ausspionierte. Theoretisch sollten wir eigentlich jetzt alles haben. So, zurück zum System. Ich hoffe, der Sprit langt noch bis dahin. Dann tanken wir auf. Gehen nochmal kurz bei den Taiwans vorbei, denke ich. Und sagen denen Bescheid. Und dann geht es zu dem Case, zu dem Prozess. Es ging schneller, als ich dachte, als ich hätte es gedacht, dass wir noch viel, äh, noch viel länger an Informationen, ähm, Beweise zu beschaffen sein. Aber, ja, das hat auch ganz gut geklappt. Ich glaube, auch der Sprit langt noch. Ja, es langt noch, aber ist er halt knapp. Es ist echt knapp geworden. Weißt du was? Das da verkaufen wir mal nicht. Falls wir uns nochmal einsteigen bei den Finis, aber... Ich glaube fast, dass da nichts mehr passiert. So, erst mal Taiwun. Und dann zu dem Mukei. Ich glaube zwar nicht, dass wir mit den, äh, Taiwun nochmal reden müssen, über das, was wir gefunden haben. Aber vielleicht ist es gar nicht mal verkehrt. Ich will da nichts falsch machen bei diesem Prozess. Nicht, dass wir am Ende doch noch rausfliegen. Und das wäre ja ziemlich, ziemlich blöd. Willkommen zurück, beste Freund. Hammer. Hammer. Ah ja, es gibt aber was Neues. Tatsächlich haben wir dort schon ein Oberschiff gefunden. Oh, das haben wir doch schon. Das hatten wir doch schon. Ja, okay. Aber es steht auch schon als abgeschlossen da. Alles klar. Dann hierher. Bevor wir den Prozess beginnen, speichere ich nochmal. Schnell speichern sollte lang. Damit da nicht irgendwie was, wie gesagt, passiert. Und wir aus der Allianz rausfallen sollten. Aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich genug Beweis. Wir haben genug für die Mukei getan. Wir haben, äh, die Trümmer gefunden. Von Scribe Shift, das Bedrohung. Und die andere Rasse war ja auch an uns interessiert. Das heißt, das passt alles. Also eigentlich sollte nichts passieren. Eigentlich. Das ist ja mal das große Problem mit dem Eigentlich. So, hier Speichernahme nochmal. Und dann geht es zur Heimatwelt. Dem okay. Und dann sehen wir mal, was passiert. Wir sind bereit, für die Verhandlung über die Menschheit fortzusetzen. Und auch über die Taiwan. Taiwan-Scheid. Dann, lasst wir beginnen. Die Taiwan-Scheid sind verantwortlich, dass es kein Verbrechen war. Eine primitivere Spezies. Die Humanität ist verantwortlich, dass es eine primitivere Spezies sein wird. Wie schuldigen Sie? Schuldig, nicht schuldig. Wir wollen beweisen, dass es kein Verbrechen war. Machen wir mal drei. Sie wollen, Sie wollen die ganze Grundlage des FEDERATION-Legalsystems mit verabschiedeten und hilfreichem unregelten Argumenten? Ja. Das ist ein properer FEDERATION-Trial. Welche Basis haben Sie, dass Sie so ein Verbrechen haben, dass Sie so ein Verbrechen haben? Aber ist es, dass du dich nicht selbst ein crime für die Taiwum? Die Taiwum sind eine Ward-Species der Scribe-Empire. Die Schutz der Humanität verabschiedet mehrere Stückes der Scribe-Legislation. Wie können wir die Taiwum unter den Federationen wissen, dass der Verzwein für die Regeln der Verordnung? Und wie können wir die Humanität nicht wissen, dass du dich so verabschiedet von Legislation beherrschst? Hat die Gründung der Föderation nicht auch das Scribe-Gesetz verletzt? Das wollten wir, ähm, genau, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen, deswegen habe ich so einen M gemacht. Es war technisch, dass wir das grundsätzlich bezahlt haben, indem wir sie nicht erzählen, was selbst illegal ist, also... But a wildly inconsistent interpretation of the Regeln is a key part of the Federation's legal system. This was all discussed in your membership package. So, ein noch größeres, äh, die Menschheit war für den Hyperraum-Reise-Bereit, nehmen wir mal das. What proof do you have of that, other than the one time you rescued our stuck ship, and the colony of ours you saved, and all those ice worlds you found for us, and the seven alliances you've somehow forged with other civilizations? Ja, all das. So, hehe, ja, das hat mir jetzt echt gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem, mit bis auf das geholfen, das geholfen, das geholfen, sieben Allianzen geschmiedet, das und das. Es war echt gut, dass wir das mit der Eiswäldern gemacht haben, ich war jetzt ja beinahe abgebrochen oder gar nicht gemacht, weil es sich dann doch sehr über mehrere Folgen hinweggezogen hat. Aber hier sieht man, es hat sich wirklich gelohnt, das zu machen. So, ein noch größeres Alien hat sich bei den Taiwan eingemischt. Eingemischt. Well, this is interesting. Testimony from one of the accused about a mysterious alien who may or may not have been doing anything. Supported by the word of an immoral, moderately villainous self-replicating AI. My fins are not trembling at this news. This perhaps lessens the degree of the Taiwan's guilt. But even if interfering with young species is common and everyone does it, how are things going with the maolings anyways? That doesn't make it right. We will grant you that this is very interesting and that blundering into interesting things is a key part of being a Federation citizen. The Menschheit wollte einen Aufschwung. Of course you did. My people have a saying. If you give a fish a gun, you can't blame the fish for what happens next. But the point stands. No one refuses a gift of technology. That you welcomed hyperspace travel doesn't make it right for the Taiwan to give it to you. Think of the consequences of their action. Sentient beings everywhere now prepare for war. Is this the result of you, a violent and primitive land fish, stepping on the galactic stage before you were ready? I called you a fish again. I'll stop that. Dankeschön. Is that all the evidence you have to present? Do you have any concluding remarks? A poorly explained parallel between the accused and accuser. The most difficult legal argument to parry. Your mastery of the Federation's legal system is clearly complete. We shouldn't be surprised. Your actions to date have demonstrated a certain flair and capability for delivering justice. Like all the help you've provided my people. And the way you convinced the dragon to stop murdering people for irrelated reasons. And the Mowling's disease you helped cure. And the gift you gave to the measured, allowing them to learn their true name and history. We have made a decision. Humans we find... Innocent. Yay! Whether you discovered hyperspace for yourself or not, you are clearly a force for good. Or at least a force for evil in the other direction of the current prevailing evil. The Taiwan we find... Creepy. But they were correct to save humanity from the scribe and provide you with a hyperdrive and accidentally spark in interstellar war. With great trembling reluctance... Hello? We will permit the Taiwan to become the third member of the Federation of Allied Species. Cool. Ja, aber das kann ich verstehen, dass sie gerade sagte mit Widerwillen und Ekel und... Ja, ich meine, sie sind ja auch so, aber... Ja, sie sind auch irgendwie cool. Vielen Dank. There is one other thing. Okay. With the trial concluded, we no longer have need for this human shaped meat puppet. We would like to give it to you. Okay. Können wir ihn Aufgaben erledigen lassen? Oh, yes. Gross. Disgusting chores. And because it isn't sentient, it's totally ethical. Äh... Cool. Verstehe. Is there anything else? Nein, das war's dann. Take care, Federation member. So, wir haben, wir sind weiterhin Mitglied der Föderation der Mukai. Sogar die Taiwan sind jetzt Mitglied in der Föderation. Wir sind unschuldig und die Taiwan sind gruselig. Okay, das wussten wir schon, aber auch unschuldig. Alles zum Guten gegangen. Ich würde sagen, als nächstes reisen wir nochmal zu den Taiwan und bringen ihnen die frohe Botschaft, dass sie jetzt Mitglied geworden sind, nach den hunderttausendsten Anträgen, die sie da schon abgeschlossen haben. Finde ich gut. So. Jetzt müssen wir noch die FAM Schist Heimatwelt aufsuchen. Das Geheimnis rauskriegen. Dafür haben wir ja diese Puppe jetzt. Diese Fleischpuppe oder Menschenfleischpuppe, wie auch immer. Und das benachrichtigen sie die Taiwan Homewelt. Das steht jetzt sogar hier drin. Okay, das machen wir als nächstes. Und dann schauen wir mal, dass wir zu den FAM West wieder hochgehen und versuchen, da weiterzukommen. Finde ich gut. So, machen wir das in der nächsten Folge. Okay, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Ciao.